Die Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Gerunde auf umkreppeln. Es wurden viele Fehler gemacht, sind sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist eine Schwitz der Schweinepuff. Kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Inneren wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Trump in jeder Außenseite als Gemeinschaftsfremdtod. Himmler heißt in Lübeck. Den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Der Grafen bei Radotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Unter ein ausgerechter Himmler. Er treu ist in der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speyer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. Ein, die anderen, ja, 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 ja. Sie sind mir ja fegelein. Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stellen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort seinen Bericht mit seiner verdienten Strafe zuzuführen. Mein Führer, Peter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Hut zu gehen. Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis.